Willkommen zu diesem furchtbaren Game. Wir haben ja letztens Pools gespielt, dunkle Kammer, alles. Und heute spielen wir das Spielzimmer. Ich finde dieses Spiel sehr gruselig und anstrengend. Es heißt The Classrooms und da gibt es jetzt eine neue Kassette. Und ich habe gehört, die Monster können einen riechen. Deswegen, da wollte ich mal reinschauen mit euch. Auch wieder das Mikro ist natürlich auch wieder im Spiel zu hören, im Game. Meine liebe Community sagt euch gerade Hallo. Ich auch. Keine Sorge, der Pony ist nicht echt. Ich habe den heute an, weil meine Augenbrauen komplett rot und geschwollen sind. Denn ich habe mich dummerweise dazu entschieden, vor 15 Jahren ein permanent Make-up machen zu lassen, was nichts anderes ist als eine Tätowierung an den Augenbrauen. Und vor vier Jahren habe ich mich dazu entschieden, meine Augenbrauen microbladen zu lassen, was genauso bescheuert war, da die Farbe blau und grün wird und verläuft. Und ich habe das jetzt weglasern lassen. Und die zweite Sitzung war doch krasser als gedacht. Deswegen, mein Chat hat es schon gesehen. Die sind alle mehr als verstört. Die sind gerade alle in Embryonalstellung vor den Bildschirmen. Auch die, die gerade nebenbei kochen oder lernen oder aufräumen, die auch. Deswegen haben wir schon Horror gesorgt und gehen jetzt rein ins Game. Spielzimmerband einlegen. Ja, Mann. Es gibt als nächstes auch ein neues Band bei den Classrooms. Das heißt die Eyebrow. Das kommt auch noch. So ein Quatsch. Nein, das stimmt. Die machen alle so. Oh, man hört schon mein... Oh, shit. Ach, wir sind direkt schon hier. Oh, my gosh. Lunch. Wie viel kostet denn hier so Friesburger? 1,79. New Cola. Veggie Burger. Ja. Oh. Oh. Oh, ich einmal im Monat. So. Was ist das hier? Eine Battery? Ah, ich brauche jetzt den Schlüssel, oder? Okay. Ich mag diese Soundeffekte hier gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, shit. Ich glaube, da. Power ist raus. Ach, du Scheiße. Ich hasse alles schon hier. Meine Kassette. Inventar voll. Okay, mein Inventar ist voll. Was ist denn das hier alles eigentlich für Zeug? Brauche ich das alles? So ein Wecker? Ein Schlüssel? Schlüssel, Schlüssel. Lichtbogenband 1. Eine komische Kugel. Magischer Ball. Die mir die Gefahrenstufe anzeigt. Ich habe keine Ahnung. Brauche ich das? Inventar voll. Naja, lassen wir es mal. Gehen wir da mal hoch. Oder hier hoch. Hä? 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 I don't like this. Das hat mir viel zu viel Gruselpotenzial hier. Oh Gott, bitte keine Scheiße jetzt. Ich höre doch was. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich langen muss. Warum geht er denn so langsam? Hä? Ist ja wieder das Gleiche. Hä? Habe ich mich irgendwie verlaufen? Irgendwie komme ich hier gar nicht weiter. Hm? 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 Ich glaube, es ist einfach immer der gleiche Weg. Hüpp! Hopp! Höpp! Häpp! Hüpp! Okay, der geht ja nicht. Oder muss ich hier wieder die Kerze mitnehmen? Oder? Das geht ja nicht. Hat es hier irgendwo einen Schlüssel, den ich nicht gesehen habe? Äh, da war doch irgendwas. Ah, ich kann den Mülleimer wegmachen. Hm. Okay, ich glaube, dass ich hier echt irgendwo einen Schlüssel finden muss, oder? Um diese eine Tür zu öffnen. Kann das sein? Weil ich laufe ja wirklich nur im Kreis. Das ist ja nicht das Hintersoche. So. Jetzt sind wir hier im Kinderspielgerüsti. Ach, hier geht es auch noch lang. Aber ist eigentlich egal, wie ich lang gehe, ne? Ich glöp. Ah doch, ich glaube, hier geht es woanders hin. Ihh, ach scheiße, ja. Hm. 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 Ja, super. Okay, warum zur Hölle? Muss ich hier die Lichter an und ausmachen? Hä, da läuft doch hier irgendwas mit mir mit. Hier ist eine Sackgasse, das ist nicht gut. Oh nein. Okay. Shit. Choo-Topia. Choo-Choo. Choo-Choo. Hui. Hui. Ich habe noch keine Ahnung, was ich tun muss, ne? Yippie. 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 Oh Gott. Yippie. Oh Gott, hilf, ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich lebe. Wie konnte das sein? Okay, ich lebe. Okay, krass. Das Spiel hat irgendwie gefühlt überhaupt keine Grenzen. Was ist das? Ih, was ist das? Was ist das? We are fucked. Oh Gott. Okay. Ich glaube, wir sind tot. Warum stink ich jetzt? Oh shit. Oh mein Gott. Ich glaube, das war genau das, was gesagt worden ist. Ich darf nicht stinken, ne? Oh shit, ja, die riecht das... Kann ich das wieder rückgängig machen, bitte? Ah! Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Was ist das? Fünf... Was? Wir fanden fünf Verrückte? Okay, also die sehnen mich nicht, sondern ich stinke einfach nur, oder? Und dann riechen die das. Dann wäre ich ja im echten Leben fucked. Okay, das heißt, die können mich nicht sehen. Was ist denn das eigentlich? Geld. Geld. Oh oh. Ich glaube, die Dinger... Das ist ja nicht gut. Die machen Lärm. Also können die mich jetzt riechen, oder hören, oder sehen, oder alles, oder? Wie sieht's aus? Okay, lass mal machen jetzt hier. Ich bin extrem schlecht in sowas. Yes. Danke, 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 danke. Ich wollte meiner lieben Community danken, die mir immer an mich geglaubt hat und mit Aggressionen zum Erfolg gebracht hat, denn ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Geil. Und was hat mir das jetzt gebracht? Hä? Was habe ich jetzt dafür bekommen? Kann das heißt, ich sterbe? Dann finden wir es aber lieber jetzt raus. Ach, du Heiligsblechle. Was habe ich denn jetzt dafür bekommen? Ich stinke nicht mehr. Das ist das, was ich dafür bekomme. Dann brauche ich das ja gar nicht machen, oder sonst? Schwachsinn. Ich stinke ja gern. Das scheiß Luftballon. Der fliegt absichtlich zu mir. Der sieht mich aber nicht, oder? Oh, scheiße, doch. Oh, nein. Oh, nein. Der sieht mich. Scheiße. Der riecht mich. Aber ich stinke doch gar nicht. Ih, der hat nach mir inhaliert. Habt ihr das gehört? Wie eklig. Okay, also das habe ich ja gewonnen. Das ist ja egal. Das heißt, wenn ich das mache, stinke ich nicht mehr. Woher weiß ich denn, ob ich gerade stinke oder nicht? Hm. Okay, wir gehen nochmal an den Anfang. Yay! Was ist denn das? Oh, das hätte ich gerne. Okay, und das ist wirklich nur dazu da, damit ich nicht stinke. Dieser Ballon macht mich fertig. Ach, da kommt was raus. Ah. Wofür brauche ich denn diese Dinger? Leute. Dann gehe ich da rein. Oh, let's go. Ich muss das Deo mitnehmen. Ich habe doch in meinem Inventar gar keinen Platz. Okay, ich muss Deo mitnehmen. Na, wo sind wir denn hier? Und wofür ist das Licht und alles? Ach, da ist noch der Sack. So, nice. Aber irgendwie komme ich gerade nicht weiter. Kann es sein, dass ich vom Rumrennen dann stinke oder was? Oder? Und was bringt eigentlich das ganze Licht hier? Habe ich es da hoch? Nee. Oh. Okay, das war doch Deo. Nehme ich das mit. Deodorant. 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 Hup. Geh mal hier hoch zu Blau. Wir haben blauen Schlaugel gefunden. Wir gehen hier hoch. Ich weiß immer noch nicht, was ich tun muss, ne? Okay, oben sehe ich, wie laut ich bin. Überhaupt nicht laut. Ach, hier ist nochmal so ein Ding. Das habe ich ja schon gemacht. Dann gehen wir mal hier lang. Ins Lila, ne? Oder ins Rote. Oder, oh, was ist denn das da oben? Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich tun soll. Es riecht nach mir. Es hat gerade schön inhaliert. Habt ihr es gehört? So richtig schön inhaled. Yippie. 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 Oh Gott. Shit. Ich weiß nicht, wofür ich die Säcke brauche. Ich glaube, ich war ein bisschen zu laut. Ich glaube, ich war ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht, wofür ich mich. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Weiß jemand, wohin? Ich weiß nicht, wohin. Ich habe doch gar nicht gestunken. Ich weiß noch nicht, was ich machen muss, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist eigentlich... Was ist denn das eigentlich? Ist das für irgendwas Besonderes? So, diese komischen Dinge hier bringen ja auch nichts. Gefunden für ein Verrückter. Was ist für ein Verrückter? Hau ab. Hau ab. Oh, scheiße. Hau ab. Oh nein. Deodorant. Deodorant. Jupp. Juhu. Okay. Da kann ich wieder diese Dinger machen. Das bringt mir nichts, diese Verrückte gefunden. Oh, ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, ich habe es gefunden. Oh, das war aber hart. Okay. Level 2. Keycard. Ach, scheiße. Ticket Arcade. Wondere, was die Preise sind. Hm. Das ist aber auch kein Ticket. I don't have a Ticket. Hm. Das glaube ich doch nicht, wo ich hin muss, oder? Ich weiß nicht. Happy, happy, happy. Ja, ich bin schon mal draußen. Das ist gut. Das ist irgendwie wie bei Cube hier. Boah, meine Schritte, ey. Okay, einfach mal um den Block rennen, um zu merken, dass es nichts bringt. Ich muss kurz den Luftballon dribbeln, auch wenn es sich doof anhört. Ach, du scheiße Arschloch. So. Nein. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Also die müssen doch auch irgendwie eine bessere Funktion haben, oder nicht? Piss dich. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, woran ich erkenne, wo ich lang muss, Leute? Ich weiß nicht. Wo muss ich hin? Es gibt hier einfach gar keinen Sicherungskasten. Hier komme ich ja raus. Vielleicht noch eher in den grünen Bereich. Aber in den vielleicht. Da war ich ja irgendwie auch schon. Was ist hier? Ah, da ist er doch. Wie komme ich da rein? So. Playzone. Arcadia. Ach, kann es sein, dass jetzt das hier in die Arcadia rein muss und nicht zur Arcadia muss. Kann es sein. Oh shit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da kommt doch noch irgendwas anderes gerade, oder? Okay, was muss ich hier tun? Insert Coin. Oh. 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 Ich hab doch schon gewonnen. Achso, ich kann das einfach anhalten. Win. So. Ding, 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 ding. Da kommen Marken raus. Da kam jetzt gar nichts raus. Ich hab doch gewonnen. Guckt. Wartet, 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 wartet. Guckt, ich hab gewonnen. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Guck mal, jetzt hab ich gewonnen. Ich krieg aber nix. Das Spin-Ding in der Mitte, ach, das hier, okay. Dann let's go. Okay. Und wo muss es halten? Ach, in der Mitte. Ach, shit. Okay, nochmal. Das krieg ich hin. So, das krieg ich hin. Oh Mann! Man muss echt, das ist eine Sekunde weniger, als ich's eigentlich drücken will. Yes! Geil. Guck her. Oha, wie viel kommt denn da raus? Unendlich viel. Geil. Geil. So. Und jetzt muss ich das hier damit spielen, ne? Boah, der frisst aber richtig viel, ne? Okay. Feed me Tickets. Ach, jetzt kann ich mir doch mal was kaufen. Also muss ich hier gar nicht hin. Doch, ich brauch doch hier was. Ah, Level 2, 200. Ah, okay, verstehe. Okay. So knapp. Oh. Brother, öh. Dafür waren auch diese, diese fünf Dinger, die ich da eingesammelt hab, ne? Das, dafür sind die Geldsecke gewesen. Jetzt macht alles einen Sinn, Leute. Everything makes sense now. So, nochmal. Geil. Easy. Der Kreis schließt sich. Ich hab aber das Gefühl, dass da ein neues Monster kommt, leider. Wie nehm ich? Shit. Shit. Och, wie ärgerlich. Oh, wie ärgerlich. Wie so ne Mikrowelle. Oh, wie ärgerlich. Hahaha. Oh, wie ärgerlich. Wir kommentieren das nicht. Ich komm mir vor wie so ne, wie so ne Spielsucht, Mann. Mehr, 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 mehr. Gib mir mehr, 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 mehr. Okay. So. Friss. Oh, wie gierig der ist, ne? Schaut euch mal, wie der sich hier reingönnt, hier. So, noch viermal, dann hab ich's. Oh. Oh. Ja. Oh. 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 Das ist hier ne kranke Scheiße. Und noch zwei. Okay. Wofür ist denn der Schraubenschlüssel? Schraubenschlüssel. Nochmal. Nochmal. Oh. Oh. So. So, gleich nochmal. Die Geräusche haben wir die ganze Zeit, naja, nicht mehr für alle, die gerade irgendwie lernen und so. I'm sorry. Yo. Easy, easy. Ah, beim Basketball sind auch Tickets, die ich vergessen hab. Ach, stimmt, zwei. Ach, süß. Drei AK-Tickets. Oh. Okay, nochmal ein Koini. Das wurd's jetzt. Bäm. Oh, shit. Ich hab verloren. Reg dich nicht auf. Wir haben noch 59 Versuche. Wenn ich davon keinen mehr schaffen würde, ne? Ich jinx es mal besser nicht. Oh. So. Hier gibt's ein exploit bei dem Spiel. Äh, also wie man schneller Tickets bekommt. Oh, erzähl mal. Jetzt habe ich sie eh schon. Jetzt kannst du es verraten. Das will ich haben. Oh, ein Geschenk. Ja, gucke mal. Was da drin? Wet floor, caution. Vielleicht bringt es was bei den dummen Monstern. Was kann man denn wegpacken? Wasserdichtes Chem-Korder-Gehäuse, Stufe 1. Ja, kommt, glaube ich, so viel. Ja, gute Idee. Oh, bloß nicht pfeifen. Ich habe das Gefühl, dass hier noch ein anderes Scheißmonster jetzt draußen ist. Deswegen halte ich mal die Schnauze. Ich habe das Gefühl, das war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020